Es kann es nicht bringen, wir haben das jetzt urgespoilert, das ist das letzte Video, die sich aber doch gehabt, so okay, beim Feuerreich, beim Erdreich kriegst du vielleicht so einen Havara, wäre schon relativ cool, einfach einen roten Feuerranger, keine Ahnung, da irgendwas in der Richtung, na schade, schade, dass wir es jetzt eigentlich quasi gespoilert haben. Aber es stört mich dann in dem Fall auch wieder nicht, weil dann können wir die schon wieder die nächste Klasse erreichen. Ich hätte einmal gesagt gehabt, zeig einmal her, Chefe, zeig einmal her. Passt, und wie viele Punkte haben wir? Ja, ich nicht wirklich so viel, aber kann ich schon freischalten? Na, perfekt, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, das ist aber Bombe, das ist Bombe, iPhone auf 3, ich kann nicht kriegen. Da gibt es wieder ein bisschen ein Leben dazu, naja, finde ich nicht schlecht. Und relativ viele Waffen, what the fuck, bei dem Job, Havara, naja, nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht, aber wir haben ja noch Punkte. Ja, 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 gönn dir, gönn dir, gönn dir. Passt, wie schauen wir aus? Schwarzen mag ich einmal wieder. Es sind ja nicht nur zwei Punkte, aber trotzdem immerhin. Hammer. Ein bisschen, ja, 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 ein bisschen was haben wir gekriegt. Ja, dann kriegt der Samurai wieder was. Ja, dann kann die den Zelda-Samurai ein bisschen scheißen, gell. Und tun wir ein bisschen aufwerten. Nein, ich mag die Waffen eh nicht. Außer, ich kriege eine Pistole jetzt ja dann endlich. Dann schaut's gleich mal wieder ganz, ganz anders aus. Passt. Kampf-Einstellungen, wie schauen wir da aus? Dann warm. Es, hier gehen wir aufs Höchste. Ja, die brauchen ja eh noch. Die brauchen ja eh noch, die zwei. Was macht denn der Haberer für einen Stress? Leck mich mal was. Ein Wutschlitzerer. Ja. Nimmst du, nimmst du. Was haben wir denn da wieder Schönes? Verstärkung. Für eine begrenzte Zeit kannst du weniger und leicht ins Wanken gebracht werden. Nee, aber Schild. Schlag schmettert ein Schild gegen den Gegner und bringt ihn ins Wanken. Erfordert ein Schild. Wow. Das hätte ich mir jetzt irgendwie nicht gedacht. Irgendwie benutze ich die Fähigkeit noch gar nicht so wirklich. Meiner Meinung nach. Er war's nicht. Voll. Wenn wir jetzt noch gerade dabei sind, würde mich interessieren, was bist denn du überhaupt für eine? Ah. Wie ist mir schon gedacht, aber bist du eh schon wieder gleich fertig? 25. Boah, ehrlich gesagt, nicht wirklich viel mit denen machen. Aber. Nein, ich habe mir gesagt, schau mal, kann ich das wenigstens? Ja, sicher kann ich da wenigstens wieder was machen. Da muss ich mal wieder schauen, gell. Äh. Ja. Ach so, das hört man sich eh schon. Pass, 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 pass. Nein, ich wollte schon mal nur sicher gehen, aber man hat es eh schon gesehen gehabt. So ein bisschen leichtes Funkeln. Wie ich da umgekomme. Der erste Gedanke mal wieder so. Wie soll ich da wieder mal hinkommen? Ja, ich wollte es gerade sagen so. Der Weerplay ist mal wieder am Start. Also, elementarmäßig bist du schon sehr am Arsch. Bist deppert. Havara, elementarmäßig, also. Hat die Mikkel komplett gekriegt gehabt. Elementarmäßig, Havara. Ganz, ganz schwach. Havara, ich wollte das unbedingt vermeiden. Ich wollte das unbedingt vermeiden, dass ich da wieder Windfähigkeit machen kann. Nein, elementarmäßig sind wir ganz, ganz schwach beieinander. Ganz, ganz schwach. Havara, da müssen wir was dagegen tun. Da müssen wir wirklich was dagegen tun. Wir haben es gerade auch beim großen Gegner gemerkt. Wir haben es bei ihm gemerkt. Das ist Schmutz. Das ist fürchterlich. Ja, wir haben es bei ihm. Mhm. Mhm. Pipi fein. Wirf mal weg, den Hundling. Wirf mal weg, wie ein Stück Dreck. Perfekt, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, mach auf da die Hütten. Schmeckt, schmeckt. Geht so aus. Nur nicht, nur nicht runterfallen. Nur nicht runterfallen. Sonst ist alles okay. Wir bauen die Ausrüstung. Wer weiß, was uns dann wieder in der nächsten Mission das alles erwartet. Boah. Fickerei. 100% Fickerei. Aha. Aha. Also das wird wieder so ein Ich-kann-runter-hupfen-Session. Ja, irgendwas in der Richtung wird sicher wieder werden. Irgendwas in dem Dreh. Oh, der ist fällig. Oh. Also es gibt sogar wirklich was. Nein, 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 nein. Wir werden schön brav irgendwie das runterhupfen müssen. Safe, safe, safe. Ja, kommen schon wieder Sachen daher. Bisch, du Deppert. Ah, aber. Schmeckt, schmeckt, schmeckt wieder von der Ausrüstung. Ähm, wollt mir nicht eigentlich eher weiter auf Aufstattung gehen? Nein, 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 nein. Jetzt doch mir gut. Aha. Aha. Aufpassen auf die Depperte. Gefährlich. Ganz, ganz gefährlich, die Wälde. Ganz, ganz gefährlich. Ab und gleich am besten ausdoben und der auch nicht geben, halt. Aha. Würde mich aber in dem Fall noch etwas interessieren. Ganz oben waren wir aber noch gar nicht. Nein, 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 nein. Sonst hätte ich schon sagen können, okay, passt. Spring halt einfach runter und leck mich mal. Aber nein, nicht einmal. Nein, ich sehe schon wieder das Funkeln. Passt. Ich sehe schon mal wieder das Funkeln. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, da sehe ich es auch schon wieder. Wollte schon fast sagen, ist das der Spezialgegner da? Geh scheißen oder mit deiner Fähigkeit. Geh, geh scheißen. Havara. Geh ein, wo du scheißen da? Nee. Nee, 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 nee. Kannst scheißen gehen. Fix nicht. Nicht schon wieder, Ero. Hast. Keine Ero hast. Nee, 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 nee. Du bist kein Pokémon. Aber da gibt es noch viele Sachen. Ja, Zeit, um zu arbeiten zu gehen. Stört mich nicht, stört mich nicht. Ich bin bei ein bisschen Konkurrenz hier. Wenig ein Schatz. So lustig, Alter, wenn der aber runterfallen würde und wir nicht. Ich würde es geil finden. Oder ich einfach mal das waschen Wegerl nehmen würde. Und dann runterfallen. Das kann ich nicht so kommen. Könnte vielleicht nur die Zehn hinkommen. Mit nur die Zehn. Ein Stösserer, hä? Ein Stösserer. Ui, 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 ui. Geht's ja aus, geht's ja aus, Havara. Gib ihm noch, gib ihm noch, gib ihm noch. Ja, der ein oder andere kritische Hase mit schmaler Nase. Da geht er wohl weiter. Ja, sicher. Perfekt. Perfekt. Ja, das ist eh kaputt. Da brauchen wir uns eh nicht drum kümmern. Ah, na schau. Immerhin. Vielleicht komm ich dann wenigstens wieder rauf und da kann ich von oben nach unten wieder gehen. Das wird super. Das wird's wirklich super. Hmm, na schau, na schau. Kein 25, gar noch. Pipi fein. Pipi fein. Fehlt nicht mehr viel. Ich könnte mir aber relativ gut vorstellen, dass ich mit dem Wegerl... Da hätte irgendwo rauf fahren können. Na, warten wir's mal ab. Warten wir's mal ab. Warten wir's mal ab. Vielleicht fahren wir Wicke rauf. Vielleicht fahren wir Wicke rauf. Das wird super jetzt. Ja, 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 ich glaube, wir sind jetzt eh ganz oben. Bombe. Bombe. Ah, schaut eh gut aus. Später wie hin. Uiuiui. Dacht' mir nicht. Dacht' mir nicht, Hava. Wie noch wie. Nee, 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 nee. Ich glaube, das wird jetzt eher so ein... Ich spring jetzt öfters mal runter Ding werden. Ah, shit. Wow. Wow, 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 wow. Nicht euer Ernst. Fuck. Mhm. Mhm. Das war knapp, Kükenmess. Nein, er hat mich eh getroffen. Er hat mich eh getroffen, der Hundling. Er hat mich eh getroffen, der Hundling. Bist du teppert. Aber knappe, knappe Entscheidung. Aber eh schon wieder im roten Bereich. Super, oder? Da ist ja noch einer. Der? Was machst du denn da? Schmeckt, schmeckt. Könnte ich auch wieder... Nein, die muss ich nicht dran. Geht davon, dass schon wieder der nächste Kandidat. Ähm, ja super. Da kann ich aber nicht irgendwo so runterhupfen, gell? Der muss ein bisschen... Theoretisch gesehen... Ah, da ist eh die Kiste noch offen. Passt, 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 passt. Ich habe mir jetzt gedacht, okay... Ja, könnte sich vielleicht... Ausgehen. Vielleicht mit so einem Hupfer oder so. Würde sich das Safe ausgehen. Nee, nee, du springst mir da nicht runter. Nee, 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 nee. Du bleibst wo es bist. Digi, du bleibst mir wo es bist. Du springst mir da nirgends hoch. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Oh, ja, 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 ja. Warte, hol mir den mal ganz kurz, den Kandidaten da. Und tschüss. Und tschüss. Ja, genau. Hey, du mit deiner wilden Raserei kannst du mal die 10 Schessige, Kollege da. Und tschüss. Aufpasst. Ja, aber wir sind auch schon fertig. Ja, aber wir sind auch schon fertig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, das gönnt man sich. Können wir noch mehr? Ich frag mich trotzdem noch immer, was das Ziel bei der Mission ist. Aber ja. Aber ja. Na gut. Äh, äh. Und dann können wir jetzt immer wieder runter und wieder runter und dann wieder runter. Und dann wieder runter und dann wieder runter. Nein, dann wird die 20 Schm余einsatz. Wie ist das? Wieso? Und ja, du hast noch mit die 20 Schm余erung gemacht. Und dann kannst du das dabei geben. Und dann kannst du alle auf die 25 Schm余erung bekommen. Und dann kannst du mal mal das passt, die 80 Schm余erung auch, ob das geht. Und dann kannst du sehen mal das ja, das könntest du dann einfach sagen. Ja. Man muss jetzt auch das gemacht. Mit dem Spieß! Spieß ist die Missgeburtenfähigkeit von ihm. Eiii! Was? Was? Du, du, du hast doch einen falschen Anvisieren! Kollege da! Bauen Sie sich den falschen! Mh mh, mh. Ist schon der nächste Kandidat. Okay der ist geflogen! Der ist aber richtig schön geflogen! Ha ha, Waga! Achso, da waren wir eh ja. Brav. Okay, passt, 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 passt. Ah, Punzern muss ich ein bisschen, muss ich ein bisschen... Deppert sein. Okay, ich wollte... Ich muss schon da, kommt so... Ich weiß nicht. Soll ich jetzt hingehen oder soll ich jetzt nicht hingehen? Eieieiei. Immer diese Frage. Ich frage mich, ob sich das jetzt aktiviert oder... Ich frage mich jetzt da her. Oder ob ich jetzt überhaupt bereit dafür bin. Irgendwas habe ich eingesammelt, das weiß ich. Und ob das das Richtige ist, sehen wir, wenn das Licht angeht. Ja, das schmeckt. Ja, das kann man eh auch wieder am Schluss machen, scheiß drauf. Ja, besiege... Besiege den. Okay, ich frage mich jetzt dann in dem Fall, wo ist der Scheiß? Oder was? Muss ich... Ich bin aber davor hingegangen. Ich bin aber... Davor bin ich dort hingegangen. Hat sich einfach nichts getan. Hat einfach nichts hergezeigt. Aber... Das ist wieder ein bisschen schwer. Eeeee... Kajak! Nanananana! Kajak! Eher, ruhig, Alter! Nanananana! Das kann einer mal gescheit. Komm, wieder einsetzen. What the fuck? Boah. Schon wieder eine knappe Partie. Und schon wieder ein Spisserer. Nee, 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 nee. Im pinker... Zuchuk oder irgendwas in der Richtung, wo du gleich aufspissen kannst. Nee, 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 nee. Was man eigentlich normalerweise nicht mit dem tut. Aber okay. Oh, ich hab nur gedacht, ob es geht so aus. So, einmal auf Tachi. Einmal Tachi. Oh, sonst werden wir Tachi, Diggi. Der ist jetzt rasiert worden. Havara. Havara, 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 Havara. Ah, der hat jetzt gewirkt. Länge, mal Breite. Nah. Okay, der ist nicht so schlimm. Er ist Gott sei Dank nicht so schlimm. Eieieiei. Wollen wir mal ganz kurz zum P-P-P-Bonus. Aufpassen, Havara. Aufpassen. Donnerwelle. Wieder ab und zu wieder hingehen. Ah, damit haben wir jetzt nicht gerechnet, dass wir einen Bosskampf hier haben. Also so einen. Zumindest. Er hat schon eine gute Stifte mit den Blitzen, wenn er nicht so tragisch ist. Er muss aufpassen, Havara. Muss aufpassen. Ja, genau, und jetzt. Ah, jetzt macht er schon wieder so eine scheiß Donnerwelle. Ist er so ein scheiß verficktes Pokémon oder was? Gefühlt schon, Alter. Gefühlt teilweise schon. Ich brauche nur mal die zweite Phase, Däger. Bin ich schon fetzen hier, oder? Wenn ich hier mal die zweite Phase hier erreiche mit ihm. Passt. Endlich. Bombe. Und jetzt gehen wir. Ja, reiten kannst du auch mit ihm. Ja, genau. No, no, mehr Dinger kommen da raus. Super. Super. Gefällt mir, Lewand. Noch wieder ein paar Blitzern. Ehe, super. Voll geil, voll geil. Däger. Was für eine wunderschöne Reichweite manchmal. Wenigstens bin ich schon 30, immerhin. Uuuh, uuuh, okay. Machen wir wieder auf Tachi. Däger. Oh, pass. Färf. Kann nein, nicht mehr gescheit wirklich zu ihm hingehen. Ohne, dass der mich vielleicht attackieren könnte. In dem Fall. Ja, genau. Tja, eine Rundumfähigkeit, Alter. Der Hundlein. Gibt es ihm aber nur. Gibt es ihm nur. Er hat mich im Fokus. Er hat mich im Fokus. Das ist gut. Ein bisschen hat er mich noch im Fokus. Gefällt mir eh. Gefällt mir eh. Da können die wenigstens von der Seite mir geben. Mit der Hoffnung, dass ich heute nicht dabei draufgehe. Wieso bin ich eh im Fokus? So gehört sich's. Ja, und sobald er mich mal wieder nicht im Fokus hat, gewirrenfalt worden. Ah, die Blitze. Aufpassen, Hauerer. Aufpassen. Wieder den Bonus aktivieren von beiden. Wichtig und richtig. Ja. Dann kann ich ihm wieder schön vor hinten geben. Oh. Ich hab's jetzt schon zweimal. Aber jetzt Glück gehabt. Die scheiß Blitze. Jetzt hat er mich im Fokus. Das ist gut. Aufpassen. Bis jetzt schon. Haben wir mal gesehen. Warte, 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 warte. Ja, genau. Der tobt dich aus, Hauerer. Bis jetzt schon wieder mit dem. 30. Das geht so nicht hier. Wir sind da schon auf dem Meisterrang. Da muss ich dir leider was anderes geben, mein Freund. Jetzt mitten im Kampf am Wechsel. Ist aber auch ein bisschen mutig. Ja, Krieger mit Heilung. Ich glaub, das könnte jetzt. Däger. Könnte. Könnte klappen. Mitten im Kampf. Bisschen sehr, sehr mutig. Bisschen sehr deppert. Aber probieren wir es mal. Ich kenne zwar noch nicht einmal die Spezialfähigkeit, wie das so tippt. Aber ich probiere es. Ja, genau. Einmal auf Tachi. Aufpassen, Hauerer. Ja, ja. Jetzt macht er wieder den Hauerer da. Ja, genau. Er macht aber nur das mit der Heilung. Ja, ist gut. Aber dafür kann ich ihm nicht so wirklich einen kritischen Hasen geben. Weißt du was? Da mach ich immer wieder einen Wechsel. Das wäre vielleicht gescheiter. Ich mach immer wieder einen Wechsel auf den Samurai-Hawara. Und dann, wenn ich die Heilung brauche, wechsle ich halt einfach wieder zu dem anderen. Das ist, glaub ich, eine gute Idee. Und dann, wenn ich die Heilung brauche, wechsle ich auch immer wieder das Gleiche. Ich muss ja mal überhaupt zu meiner Kombo kommen, damit ich ihm überhaupt gehen kann. Einfach mal wieder auf Tachi. Ja, der bleibt jetzt aber noch relativ lang in der Luft, der Kollege. Der Bischdeppert. Ah, die Jugendreichweite. Fick deine Mutter. Geht sie aus. Geht sie alles aus. Ach so. Wede ich vielleicht ein bisschen später dezentivieren sollen? Aber scheiß drauf. Aufpassen. Es wäre eh nicht so gut, dass ich die Klasse verwende, aber immerhin. Ich würde viel verlieren, aber das haben wir dann eh schon hinter uns dann gleich. Genau. Jetzt bist du es dann eh gleich. Ah, komm. Ah, komm. Du hast nicht so lange die... Tu nicht strecken, aber du hast nicht strecken. Du gehst dir eh gleich. Ich hoffe es in die nächste Phase. Havaga. Komm, 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 komm. Ja, ich wollte schon sagen, ich nehme den Blitz auf mich. Havaga. Aber egal. Wurscht. Wir haben ihn. Das ist jetzt einmal wichtiger. Hauptsache, wir haben ihn nochmal. Passt. Jetzt könnt ihr mal wieder den Bonus aktivieren. Ich mache auch meinen Bonus. Ich mache ein bisschen Autachi. Und jetzt wird es wichtig. Abstand halten. Wir haben noch relativ viel Leben, aber... Dadurch, dass man das 3 kam, ist gut. Dadurch, dass man das mit dem 3 kam, ist das relativ gut. Oh, da habe ich ihn jetzt richtig schön geben können. Boah, das war gut. Das war gut. Das wäre jetzt ein guter Move. Ja, nimm mal lang. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Machen wir wieder auf Dreieck. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Kommt schon, Lailon. Kommt schon. Stickerl noch. Und wir reden her. Ja, genau. Jetzt ist es. Jetzt ist es. Na, sage ich. Ein Stickerle. Ein Stickerle. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Schmeckt. Und mit dem Job auch gleich aufgestiegen. Na, perfekt, Alter. Perfekt ausgesucht. Das ist genau jetzt auch in der Tür. Jetzt, wo es dann Level 30 ist. Diga. Nicht schlecht, nicht schlecht. Er hat einmal gesagt gehabt, es wird dann nochmal wieder langsam.